Das sind meine Hunde. Wir haben Tierzuchten. Unsere Hunde sind nicht immer Bravi. Aber sie sind Hunde. Ich bin ein Obami. Da geht die verwesende Illik. Das sind unsere Hunde. Die aufs Schwerste vergewaltigt werden. Für die Täterkreise. Bruder Hitler eutern sie. Aus dem Fell machen sie Strebel, Herbert, Eisinger, Reisinger, Berukas, zeitgleich Strafrecht Österreich-Unden. Und ein paar gesetzliche Vertreterinnen und Vertreterinnen und Vertreterinnen und Vertreterinnen und Vertreterinnen. Unsere Hunde sind keine Mussprostituierten für kleine Binnisse wie Grünmaier, Schweinberger, Robert, Roman, Fabian, Fabiane, Fabiana. Dann die Weibisch-Ausweise-Faschen-Faschen. Und werden als solche verkauft. Das betrifft nationale wie internationale Hunde- und Katzenzuchten, Tierzuchten oder Unterbringungen im Tierschutz oder Zoos, Tiergärten oder Zirkus gleichermaßen. Dann die Weibisch-Ausweise-Faschen-Faschen-Faschen.